Musik Ja und herzlich willkommen zurück zum Let's Play League of Lightning. Ich bin mit Ari in der Mitte unterwegs. Am Stubjuggle, da war wieder jemand schneller als ich. Aber was soll's, ich hab Ari erst einmal gespielt. Dementsprechend, so geschissen wird's etwas aussehen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Auf unserem Kanal von mir und Leon. Und Leon ist natürlich auch dabei. Und wir spielen Ranked Game. Lassst du mich nicht mal ein Intro machen? Nein, passt schon. Äh, we got that. So. Yo, und zwar spielen wir Ranked Game. Der und spielen wie im Jungle oder wie auch immer. Egal, mit der Aufnahme läuft man mit 60, äh 70 Effers, ey. Boah. Ähm, ja, ich spiel Wellen auf Botchweiser ADC. Mit einer Lulu Support, die random ist, sagt ihr. Lädt einen mächtigen Heap derweil vorwärts, Dreh. Ja, ich hab da, ich hab ein Läuer im Moment auf Deutsch, weil ich neu pitchen. Moin Leute, neue Runde, oh lol. Äh, ich spiele Gragas in der Mitte. Vorweg möchte ich jetzt schon mal sagen, sorry, dass ich jetzt vielleicht nicht so viel reden werde. Ich bin krank. Ich möchte meine Stimme schonen und so. Mit dabei ist der Gogo mit Vi im Jungle. Hi. Der Nicola mit Draven als Ardicary. Hallo. Mit dabei noch ein Riven auf der Toplane und ein Maokai als Supporter. Hallöchen und Damen, herzlich willkommen zu einem kleinen 1 gegen 1. Genau, auf geht's. 1 gegen 1. Gegen Minecraft. Ja, Minecraft Movie. Ihr könnt auch auf seinem Kanal vorbeischauen. Das wäre ganz schön scheiße, aber können wir natürlich machen. Den Kanal kann ich natürlich auch verlinken. In der Beschreibung. Ja, wie er schon sagt, wir spielen Itzwill. Oh, freut mich schon jetzt nicht. Hier lang. Ja, so ein Spell sind eigentlich einfach. Hier folgt einfach so einen starken Schuss ab. Hier kann ich mich teleportieren. Schon erledigt. Und Essenzfluss. Das habe ich nur noch an. Essenzfluss. Das ist eine Welle aus Energie. Ah, das kann ich auch auf Verbündete machen. Das erhöht dann. Ich kann mich da gleich machen. Ah. Das ist natürlich geil. Alter, scheiße. Der hat mich gesehen. Jetzt wird es aber Zeit. Das wäre schon awesome gewesen. Mit Teleportationen hätte es auch nicht gereicht. Ich hätte einen Doppelflash machen können, aber... Ohohohoho. Könnte ich mal Stufe 4 werden. Ja, Itzwill ist ein guter Bot-Stimmchen. Also den kann man gut auf der Bot-Land spielen. Aber auch meiner Meinung nach auf dem... Das will ich mal kurz ausprobieren. Ach, das fliegt sogar durch die durch. Auch, okay, er hat das gelernt. Man kann ihn auch in der Mitte lernen. Habe ich auch schon gesehen. Das soll angeblich auch ganz gut sein. Jetzt zieht er mich wieder. Aber hat gefehlt und... Boom! Dann habe ich hier schön teleportiert. Ich spiele das erste Mal mit dem hier richtig. Und er spielt natürlich das erste Mal richtig mit Blitzkrieg. Den hat er sonst nur so mal zwischendurch. Also er wartet nicht zu viel von uns. Also meine Ulti ist besonders cool. Die kann ich... Wie bei Ash oder Draven. Oder bei Six. Bei Six ist es nicht ganz so weit. Aber ich kann die halt über die ganze Map machen. Und die macht halt Schaden. Also das dauert aber auch eine Sekunde, bis ich den abfeuern kann. Der muss das erst aufladen. Oder ich kann es auch vorher abfeuern. Aber dann macht das nicht so viel Schaden. Und ich will mich die ganze Zeit teleportieren, weil das so cool ist. Auf jeden Fall brauche ich kurz ein bisschen Gold. Und man verbraucht auch sehr viel Mana mit seinen Fähigkeiten. Ach, das kann ich gar nicht auf was Minions machen. What the fuck? Oh mein Gott. Gelernt ist gewertet. Ich kann das aber gleich mal auf ihn machen. Man darf nicht mit mir das. Wow, ich bin scheiße. Ich treffe mich. Alter, verzieh dich. Alter, Vater. Und dann kann ich das gleich mal ausprobieren. Alter. The fuck. Wie schade hat das denn jetzt gemacht? Na, er spielt eigentlich kein League of Legends, also das ist ja auch nicht so gut. Aber er wollte unbedingt spielen. Oh, scheiße. Fuck, Alter. Na, egal. Alter, ich kenne dieses Teleportieren jetzt schon, ey. Hier drüben! Hier drüben! Die Sekunden. Neue Stufe. Teleportieren mal kurz gehen. Und ziehen die Ficken. Alter, fick dich. Ich mach das schon, also... Warte, wie danzt der denn? Warte, wie danzt der denn? Warte, mal kurz. Ey, wie ein Schwuchtel. Du bist reif fürs Museum. Pff. Jetzt wird's aber Zeit. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Gehört. Alter, lass mich doch durch, ey. Warte mal. So, geht doch viel schneller. Alter, geh doch down. Oh, das hat er noch gut. Was sagt der? Warte mal kurz. Nein! Er braucht schon... Alter, ist das laut. Nur weil ich hören wollte, was er sagt. Und zack, zack, zack und zack. Und dann nochmal zack und zack und ein Auto-Tag. Und ich hab richtig viel Scheiße eingesteckt, ey. Oh, ich le... Oh, leu. Der ist schneller als ich. Nein, das Leben, das... Oh, scheiße. Das kann ich schaffen. Ich bin... Ich bin nur peed. Oh! Ssss. Nein, ein Auto-Tag. Neul. Alter. Alter, Vater. Oh. Ah. Kack. Nein. Oh. Oh, zack. Nein. What? Nein. Nein. Ssss. Alter, Alter, Vater, Alter, Vater. Alter, Vater, Alter, Vater. Nein, schnei, schnei, schnei. Nein. Alter, falscher. Oh. Wuhu. Der Sieg ist Israel und damit bis zum ersten Mal. Der Sieg spielt, mich dann noch von top. Und ich werde gegen einen APK Annie Support anschauen. 1-2 gegen Varus und Morgana, ja. Und ich... Alter, ja, ich will reden. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Du wolltest sagen, Alexander ist ein scheiß Name. Boah, die Annie sollte vielleicht Mitte gehen, oder? Die Annie sollte vielleicht Mitte gehen, weil, äh, wir haben kein Titierverbot, dann würde das Morgana-Kild nicht springen. Abbewehrt, Mama. Abbewehrt, Mama. So, dann kann ich jetzt die Leute spielen. Habt ihr meinen Bauchnippel gehört? Nein! Habt ihr meinen Mundstuhl gehört? Habt ihr Arschgeschwyl gehört? Wollen wir auch nicht so hören. Wollen wir auch nicht so hören. Und, ähm... Wie, wie der, ähm, Chaco sich ganz fühlen muss, dann? Ach, komm, okay. Ich glaub, das wird kein sexuelles Stamm. Das wird total schlecht in den Niedern geschützt werden. Pff, du, schlecht. Wenn... 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 Wenn Alex und Schlecht in einem Satz stehen, dann muss da zwischend Ultra stehen. Puh! 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 Alter, komm. Puh! Ich wette, ich schaff keinen Skill-Shot. Doch, irgendwann, wenn du direkt von dem Kidner gehst. Oh, ich hab... Ich bin gegen einen AP.